und zu einem neuer zu einer neuen reaction zu rmx diego wieder und wir gehen jetzt auf den letzten track beziehungsweise auf dem bonus track von jurist legacy es gibt zwei bonus tracks oder ich glaube 3 das ist ja das auto das heißt 3 gibt es so gesehen das hier ist dann auch anscheinend einer das ist ja so gesehen das auto von der jurist legacy und wir kümmern uns jetzt um team rolex 2 zusammen von san diego spongebob raf gamora und bones mc let's go ich einfach mal sagen remix ist von remix ego ist klar wie von tim haus und cover von digital fx und wir starten einfach mal rein und ja mit der beat gefällt mir am meisten jetzt schon und auch wie die stimme einfach darauf klingt einfach geil einfach zu geil ich schließe die tür des apartments wenn die party komplett ist monika sarah berlin davon instagram auf meine guestlist mit hol in der kippe soda im drink der chick will dass ich für sie so lala sing sie will mich in team ich kooperieren nicht ohne mein team die sonne scheint durch die gardine die stürmer auf dem beat auch geil einfach zu geil muss ich wirklich sagen das ist einfach zu geil also wenn das die hook ist geil wenn das die hook sein soll geil kann man nicht weckern boah jorge wie alter ok das muss ich mir nochmal geben alleine wie spongebob auf diesem beat klingt in in dieser stimmlage in dieser betonung und in dieser geschwindigkeit ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr einfach geil einfach geil mit dem drake text deine rappers in die china sind nur images jpeg mafia gangsta ich lade die heckler kannibale wie hannibalektor der richter will mich hinterquittern aber meine vier quadrat mit dem fenster der schwarze aventa mein stiefvater acht jahre haft wegen blau meine beiden onkels zwölf jahre haft wegen blau millionen an die anwälte koks weiße sandstrände oder tot in einer knastzelle rolex oder handschellen der einschick für zahm hier ist einfach krank gerade gewesen nochmal geil geil noch ein paar jahre dann fahr ich fort vielleicht im gefangenentransport oder im schwarzen aventa dor oh der einschick für die hoffieger geil ich muss ehrlich sagen geisteskranker track alleine diese kombi von ravka mora bounce mc sunny und spongebot also so gesehen zwar was an aber trotzdem alter schwede die junge 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 da kann man auch ehrlich gesagt nichts wirklich zu sagen außer dass dieser beat einfach geil ist der beat ist geil die stimme alle zusammen passen perfekt zu diesem beat es spongebot sein ding da deine stimme oder die stimme von spongebot so gesehen auch absolut geil alleine mit dieser geschwindigkeit von seinen partner auf dem beat geil fanny sowieso einer der besten rapper überhaupt was so was jetzt angeht hier okay ist remix aber trotzdem seine stimme kommt auf diesen beat abnormal geil aber ganz ehrlich ich weiß nicht was ich dazu sagen soll leute wenn es euch gefallen hat das gerne like und ein ab oder aktiviert natürlich auch die glocke um nichts zu verpassen und dann würde ich sagen wir sehen uns in der nächsten reaction oder auf dem hauptkanal wieder und ja ich würde sagen bis zum nächsten mal bis dann tschüssi bis zum nächsten mal bis dann